Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Prey. Jen, ja, mal gucken ob wir das retten können hier. Vor allem bin ich mal gespannt ob wir das hier dann schon bald durch haben oder... Nö? Naja. Gucken wir mal. What the hell? These things are close to me. Heiße. Was zum... Geier. Na, klasse ey. Euer Ernst ey? Was geht denn hier ab ey? Shit. Fühlt sich echt an hier wie Final Countdown. Das sag ich euch. Voll soll ich verloben ey. So, ich mach erstmal wieder die Bude zu. Gibt's aus hier. Hier geht nix. Okay. Aber hier wahrscheinlich was. Ja, mal gucken mal hier. Ich krepel mich mal hier durch. Da ist eine verschlossene Tür, ne? Die eine. Okay. Den erstmal weg vom Fenster hier. Jetzt ist die Tür wohl auf. Okay. Alles klar. Wie close brühe. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Äh, okay. Ein Raum, wo ich irgendwie hin muss. Okay. Talent jedenfalls so, ne? Gut, gut. Oder auch nicht gut. Da sind wir ja durch. Da sind wir ja durch. Hm. Muss ich zurück? Eigentlich irgendwie nicht, ne? Geht doch gar nicht. Was ist das hier wieder für ne Nummer? Mal. Und Stable Use. Vorsicht. Hm. Halte Zelle 5. Verstehe ich nicht. Boah, solche Späße hatten wir schon mal hier, ne? Ups. was ist das für ein raum komme ich da irgendwie hin hier bin ich ja schon mal durchgekrebelt das ist es nicht oder irgendwie häng ich hier total fest was ist das denn jetzt ich hätte ja eine idee das machte jetzt irgendwie sinn gut gut einen wunderschönen guten tag oh die wumme ist leer ok hier im eck gibt es ein bisschen munition das ist auch immer nett die nehmen wir mit dennoch freunde dann zeigt euch mal hier um dann eine rechnung zu begleichen das so eine gute idee ist ja was soll das geben hier ich zeig euch mal wie der hause läuft hier ich weiß es ist da ich weiß es ist da was ist denn jetzt für eine unzirksion hier noch mal so eine action schmier doch mal ab oh scheiße oh scheiße oh scheiße verdammt nochmal vögel abschließen hier kann ich ja nicht richtig sterben zum glück das ist ja spielbar auch wenn man nicht so gut ist in den shootern kann man hier überleben so ist es aber gut wie hier glaube ich ja bloß ein abgang ist auch ein netter trick einfrieren und dann sind sie kaputt ja das ist das jetzt bevor ich da durchgehe werde ich mich immer noch mal ein bisschen umgucken munition und sowas alles hier ja 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 japan ja Was passiert da, wenn ich den Knopf drücke? Das ist jetzt die große Frage. Was wird das für ein Ende nehmen hier? Top oder Top? Haben wir es geschafft? Oh Gott, die Dinge, die ich gesehen habe, sie benutzen Menschen für Essen, Tommy! Ich weiß, wir müssen hier rauskommen. Wo sind wir? Ein Beispiel von Spaceship, Jen. Sie nennen es die Sphäre. Ich will nach Hause, Tommy. Zurück zur Reservation. Ich glaube, wir haben einen Weg nach. Los geht's. Sieht echt so aus, als könnten wir sie retten. Ist ja erfreulich in der Story, ja? Aber wie soll es jetzt weitergehen? Ach Moischen, stehen wir doch nicht im Weg rum. Tommy, wenn du das hörst, müsstest du kommen. Der Keeper hat uns gefunden. Seine Hunters sind überall. Wo sind meine Waffen hin? Kann doch nix machen, Mensch. Der Keeper hat uns sind. Der Keeper hat uns verlief. Okay. His Hunters, they were everywhere, you must stop them, before they destroy the portal, it is our last hope, save my, my people. Jen, stay here, look after Heloite, find us a way out. Be careful, Tommy, I don't want to lose you again. Wer hat mich da wann wie jetzt gekillt? Das würde ich gerne mal wissen. Wo ist der? Irgendwo da drüben, ne? Da. Boah, kann nie wahr sein. Das war das Storytelling so gut und hat so abgelenkt, ja. Bist du voll raus aus dem Shooten hier. Ja, wie das immer so ist, ne? Wie viel gibt's denn noch von euch hier? Sag ich mal. Hm, war wohl der letzte. Okay. Reicht's aber bald, ja. War wohl derorg. Sherry! behind the pendlichen der Wind! Arf! Kwiat Leia! Steshield es mest! Be 1944! Das sind ja klasse Aussichten, ja. Noch kurz die Welt retten. Schiffen. Ach gut. Ohne der Welt bringt die große Liebe auch nichts. Insofern noch gar nicht verkehrt, ne? Tja, runter oder rüberspringen? Kommt ja bestimmt eh nicht rüber, ne? Ne, nur runter. Halt'n Sammel, Junge. Das hast auch nur du geglaubt. Von hinten, ey. Na komm, hups. Da. Trau dich. Ja komm, du auch. Das wird's aber unlecker, ja. Oh, nicht noch so einer. Scheiße. Ja. 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 Ja, wo ist er hin, der Große? Ich höre ihn laufen. Oh, shit, ey. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Where have you taken her? Ah, yes. The female. You are surprisingly focused. By now you must realize there is no way out. No way but to join me. Don't you hurt her. Okay. Ich mach hier erstmal einen Cut und sag mal bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Prey. Macht's gut oder besser.